Leute, VW knickt ein. VW cancelt die vegetarische Kantine und die Currywurst kommt tatsächlich wieder zurück. Der Kraftriegel für Facharbeiter, wie ehemaliger Bundeskanzler Schröder es genannt hatte, ist wieder da. Und damit, Moin zusammen, wir gucken uns die Situation an. War es berechtigt, die Currywurst wegzukanceln, dass es die nicht mehr gegeben hat in der VW-Kantine? Oder war es absehbar, dass es, wie es jetzt rauskommt, sie wieder zurückkommt? Moin zusammen, mein Name ist Oli, wenn du kritischen Content mag, bist du hier genau richtig. Und wir sehen einmal in einem Fokusartikel, wird darüber berichtet, eine Kraftriegel für Facharbeiter, wie die Currywurst bei VW von unserem ehemaligen Bundeskanzler Schröder ja 2021 genannt wurde, ist nur nachvollziehbar, dass das wieder da ist. Die schmeckt gut, das gibt schnell Energie. Ob das jetzt so gesund ist oder nicht, das wage ich gar nicht zu beurteilen. Wenn man sich aber belegt, wie schnell es mit der Gesundheit immer wieder versucht wird, in Verbindung zu bringen, dass das so ungesund wäre, dass so schlecht ist, so eine Currywurst zu essen, jeder Mensch ist doch in der Lage dazu, seine Steuern zu bezahlen. Okay, die meisten zumindest. Und dementsprechend, das traut der Staat uns zu. Der Staat und manche Unternehmen trauen uns aber auf der anderen Seite dann nicht wiederum zu, für unsere gesunde Ernährung selber zu sorgen. Und wenn ich mir fünf Würste davon am Tag reinziehe, ist das meine freie Entscheidung. Wenn ich das mit meinem Körper machen möchte, dann mache ich das. Und wenn ich die morgens zum Frühstück esse, nach dem Aufstehen direkt am Bettchen noch knabbere oder abends auf der Couch, dann ist das meine Entscheidung. Ganz einfach. Dass ein Unternehmen versucht, hier eine Bevormundung zu machen, das passt nicht zusammen. Das ist wirklich schier lächerlich. Und besonders musst du dir doch direkt mal in Frage stellen, wenn diese auch so ungesund sind, warum ist denn die Lebenserwartung der Menschen in Deutschland nicht massiv zurückgegangen durch diesen hohen Konsum von Currywürsten? Das verstehe ich jetzt nicht. Im Gegenteil, wir sehen ja, dass über die Jahrzehnte hinweg die Lebenserwartung stetig gestiegen ist. Männer und Frauen, also beider Geschlechter. Also von daher kann es ja damit irgendwie nicht zusammenhängen. Und ich erinnere gerne nochmal an die damalige Presseberichterstattung auch zurück. Das ist exakt zwei Jahre her, August 21. Zitat, die Currywurst steht für den alten weißen Mann. Also was man dir mittlerweile für Konstrukte zusammen sich spinnt, ist wirklich so an Lächerlichkeit nicht zu übertreffen. Wirklich, das musst du dir mal reinziehen. Wie kann man sich da hinstellen, sowas sagen? Und auch wenn, ja, was ist daran jetzt so schlecht? Was ist daran jetzt schlecht? Das möchte ich hier direkt mal fragen, weil, und das war auch gerade mein Fehler, muss ich ganz klar eingestehen. Ich habe jetzt auch assoziiert damit, ja, alter weißer Mann und ne, hin und her. Ihr kennt das ja mittlerweile. Man ist da so getrimmt drauf, so getriggert darauf. Es ist schon wirklich unfassbar lächerlich, wie ich persönlich finde. Ihr könnt das ja mal in eure Kommentare reinschreiben, ob ihr euch auch so von einer Firma oder aber auch überhaupt von den Grünen beispielsweise, die uns ja auch auf den Teller ganz genau bestimmen möchten, was dort eben drauf liegt und was nicht, ob ihr das mit euch machen lasst. Ich lasse das nicht mit mir machen. Ganz einfach, ganz klare Meinung. Und man glaubt doch auch nicht, dass jetzt beispielsweise der Manager von VOW dann nicht abends noch irgendwo im Steakhouse oder sonst wo fein die Nieren gegangen sind. Ja, natürlich. Das ist doch die Realität, Leute. Es ist doch wirklich nur scher lächerlich. Man sieht doch einfach, die Menschen möchten diese Verbote nicht. Die Menschen möchten weiterhin oder wieder für sich selber entscheiden und für sich selber wissen, was sie gerne essen und was eben nicht. Und wenn ihnen das nicht schmeckt, wird das nicht gegessen. Und dass dadurch natürlich auch zahlreiche Betreiber von Kantinen in finanzielle Schwierigkeiten kommen, das sollte doch ebenfalls bekannt sein. Denn überleg doch mal, bei Minister Cem Özdemir von den Grünen heißt das schon vor einigen Tagen, Öko-Koch fehlt. Özdemir schließt die Mitarbeiterkantine. Und das ist insofern wirklich an Realsatire nicht zu übertreffen, dass nämlich hier ein sogenannter Öko-Koch gesucht wurde für diese Mitarbeitercafeteria in seinem Ministerium und keiner hat sich gefunden. Richtig. Die Vorgaben für den Betreiber waren offensichtlich viel zu hoch. Unter anderem sollte mindestens ein Tagesgericht immer in Ovolacto-vegetarischer Form gekocht und angeboten werden. Folge, es fand sich kein geeigneter Koch. Und jetzt müssen die Mitarbeiter komplett auf diese Kantine verzichten. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Küche ist seit 1. Juli kalt, heißt es hier, für die 350 Beschäftigten. Sie müssen seitdem auf die Kantine des in der Nähe gelegenen Bundesarbeitsministeriums ausweichen. Ja, der Betreiber dessen freut sich bestimmt, der macht natürlich ein bisschen mehr Umsatz, aber kann der das auch bewältigen? Sind die Gegebenheiten dafür ausreichend? Genug Essen für 350 im Maximum dann mehr Personen zur Verfügung zu stellen? Das ist doch egal. Das macht doch gar nichts. CDU-Fraktionsvize Steffen Bilger sagte zu BILD, ein Minister für Ernährung, der seine eigenen Leute nicht ernähren kann, das ist für Cemitz Demir peinlich. Die Fürsorge für die Mitarbeiter soll wichtiger sein als die Durchsetzung grüner Ernährungspolitik. Auch noch von dem ernährungspolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Albert Stegemann. Es ist ein politisches Armutszeugnis, dass Bundesernährungsminister Özdemir die Ernährung seiner Beschäftigten im eigenen Ministerium nicht sicherstellen kann. Özdemir müsse im eigenen Haus den ernährungspolitischen Offenbarungsein leisten. Leute, um was geht es in diesem Land nur noch? Das ist an Lächerlichkeit wirklich nicht mehr zu übertreffen. Aber vielleicht habt ihr ja jetzt Interesse, dieser Öko-Koch zu werden. Denn, guckt euch gerne mal mit mir gemeinsam jetzt die Ausschreibung an, vielleicht ist das ja für euch. Ihr müsst nämlich folgendes machen und können. Eine schrittweise Reduzierung des Angebots an Mittagsgerichten mit Fleischwurstwaren. Das klingt doch schon mal gut. Das kriegt ihr bestimmt hin. Mehr Essen mit Hülsenfrüchten, Nüssen und Ölsalaten anbieten. Mindestens 30% der verarbeiteten Lebensmittel aus biologischer Landwirtschaft beziehen. Die Preise wären dann dementsprechend. Der EK, also der Einkaufspreis erstmal und dann der Verkaufspreis. Glaubst du, dann verkaufst du was? Weitere Vorgaben. Frittierte und oder panierte Produkte dürfen maximal zweimal in 5 Verpflegungstagen angeboten werden. Nein, Wurst soll höchstens 20% Fett enthalten. Frischkäsezubereitungen sollen in Magerstufe angeboten werden. Und Preisvorgabe? Einfache Gerichte sollen es für 3 bis 5,50 Euro geben. Das jeweilige Tagesgericht für 4 bis 6,50 Euro. Und du glaubst doch nicht, dass das umsetzbar ist, lieber Herr Zetemi. Das funktioniert doch nicht. Das ist doch Humbug. Man fordert das hier, aber bezahlt werden darf nur das. Und darin sieht man doch wieder, dass diese grüne Öko-Ideologie oder wie man es bezeichnen möchte, einfach kläglich scheitert. Zurück zu kommen auf die VW Currywurst, gab es hier dann folgende Info, ist nur ein DPA-Artikel hier. Es geht nicht gegen die Currywurst, die wir nach wie vor in allen anderen Kantinen des Werks angeboten wird. Nämlich, die haben ja mehrere Kantinen, muss man fair dazu sagen. Und in einer eben dieser Kantinen gab es die nicht mehr. Aber die Presse hat das natürlich ein bisschen anders aufgenommen. Und jetzt gibt es sie sogar wieder in allen dann voraussichtlich. Und das läuft darauf zurück, hier zum Beispiel Juli 2022, also letztes Jahr. VW-Markenchef Thomas Schäfer hatte beim Amtsantritt auch gesagt, let's have a Currywurst. Und das Ganze schiebt VW jetzt positiv gesehen darauf zurück, dass sie eine Mitarbeiterbefragung Anfang des Jahres gemacht haben. Dem Wunsch der Belegschaft folgend bietet das Betriebsrestaurant des Markenhochhauses seit dem 7.8.2023 neben der veganen und vegetarischen Speisen eine zusätzliche Komponente mit Fisch oder Fleisch an, heißt es hier von der Sprecher an. Ja, dann sieht man einfach, was eine Bevölkerung und dementsprechend hier eine Belegschaft wirklich auch erreichen kann, wenn man sich gemeinsam hinstellt und sagt, wir möchten das, das möchten wir nicht und hört auf mit der Bevormundung etc. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Esst ihr Fleisch, ja oder nein? Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten und ciao.